Ein imposanter Wetterwechsel steht bevor. Ein wahrer Temperatursturz und das teilweise mit heftigen Schauern und Gewittern. Da kommt einiges auf uns zu. Einerseits durch die Kalfond, die uns am Sonntag überquert. In der Nacht zum Montag heftiger, gewittriger Regen in Bayern. Später tagsüber hier im Osten Deutschlands. Hier dreht sich das Tiefdruckszentrum ein. Wir geraten an die kalte Rückseite, in eine Nordwestströmung und dann in den Zustrom der kalten Polarluft. Aber zuvor wird es im Osten noch mal sonnig und heiß. Hier im gesamten Osten also noch mal ein Badewettertag. Hingegen vom Schwarzwald über das Rhein-Main-Gebiet bis ins Elmsland. Aus der Nacht heraus schon dichtere Wolken mit Schauern. Und von Schleswig-Holstein über Hessen bis nach Schwaben entwickeln sich im Laufe des Tages kleinräumig heftige Gewitter. Im Westen wird es schon wieder freundlicher. Aber gerade hier im Süden besteht regional Unwettergefahr durch Hagelsturm und Starkregen. Im Osten kommt nicht viel davon an. Hier eben noch einmal heiß. 30 bis 34 Grad hinter der Kaltfront. Temperaturen von knapp unter 25 Grad. Das Unwettertief, das hier eingezeichnet ist über dem Osten Deutschlands, ist das wetterbestimmende Element am Montag. Und hinter diesem Tief kommt dann die Polarluft zu uns. Das Unwettertief selbst wird heftigen Regen am Montag im Osten Deutschlands produzieren. Im Südwesten Schauerwetter. Einzelne Gewitter. Nur kurze Lichtblicke. Maximal von 19 bis 24 Grad. Am Dienstag wechselhaftes Schauerwetter. Am ehesten mal längere trockene Phasen im Westen des Landes. Den Wind wird man deutlich spüren. Und es ist draußen dann einfach irgendwie herbstlich. Mit Sommerwetter ist definitiv Schluss.